Hallo und herzlich willkommen zu Rawa, zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. Und wir haben jetzt schon zweimal eine reingesammelt gekriegt. Das erste Mal, als gerade Folgenende war, in der letzten Folge. Und das zweite Mal, jetzt gerade. So, es wird langsam Zeit, dass wir dem Typen mal so ein bisschen was zurückgeben. Ich mach dem überhaupt keinen Schaden. Ich mach dem überhaupt keinen Schaden. Ich mach dem keinen Schaden. Ich mach dem... Oh Gott, das will nicht. Ich mach dem keinen Schaden. Magie, Eis, Gegenstände? Nö. Wir analysieren ihn erstmal. Wir analysieren ihn erstmal. Ich muss nur gerade mal gucken wegen meinem Headset. Das ist ein bisschen laut auf meinen Ohren. Und ich werde nicht so rumscheinen. So, hier erstmal. Hohohohohohoho. Feuer. Warum sind die alle gegen Feuer schwach? Ich hab kein Feuer dabei. Ein rebellischer Soldat. Also Loche, heißt er, oder Loche, oder wie auch immer. Ein rebellischer Soldat, 3, äh, dritten Rangs. Er liebt Motorräder, Geschwindigkeit und eine ordentliche Herausforderung. Seine Kameraden sind nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, da er sich ständig in seine Motorrad-Eskapaden mit hineinzieht. Physische Treffen und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Okay, einfach draufhauen und blocken, draufhauen und blocken. Okay. Ja. So, dann komm her. Loche. Aha. Boah, boah, boah. Aua, 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 aua. Komm, komm. Ich hab doch, aber ich hab doch geblockt, ey. Laut, wie lange brauchst du zum Blocken? Aha. Näh. Näh. Boah, spinnt der Typ, spinnt der Typ. Ähm, ab dem ersten Tag, den aktuellen Kampf. Du bekehrst, du, du bekehrst, du kehrst zum Beginn des Kampfes, beziehungsweise der Kampfserie zurück. Kannst dich noch einmal daran versuchen. Die bisher verdienten Erfahrungspunkte bleiben dabei erhalten. Spielstand wirklich laden? Ja, den aktuellen Kampf. Ich will den einen Bruder der Lochis nochmal fertig machen. Aha. Ähm. Weil er Loche heißt und so. Oder Lock- Loche? Ist er vielleicht Italiano? Spreche man das aus mit Loche? Ich hab keinen. Auch Sephiroth. Ich sag immer, Sephiroth. Nicht Sephiroth. Was für ein Ross? Nein, Sephiroth. Ach so, wie Epona. Nee, Sephiroth. Ich dachte wirklich immer, man nennt ihn Sephiroth. Punkt für unser Team. Ja, kann ich das überspringen? Überspringen. Das überspringen wir jetzt einfach. Das ist zwar wunderschön gemacht, aber wir überspringen das jetzt. Ich will dem aufs Maul haulen. Dankeschön. Das kannst du gerne auf das tun. So, komm. Oh. Ha. Aha. Das war ein Konterangriff. Geil. Komm, komm, komm. Nö. Mann. Au, 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 au. So, jetzt aber. Na gut. Warte, warte. Muss ich ihn nochmal... Ich analysier ihn nochmal schnell kurz. So, zack. So, da haben wir ihn dann analysiert. Einmal nur, dass wir's getan haben. Ich hab doch aber geblockt. Ich hab's doch aber geblockt. Ich bin ausgewichen, oder? Ich bin... Ich bin nicht ausgewichen. Äh, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Äh, halt dran. Au, mich. Au. So, zack, zack, zack. Boom. Bam, bam. Halt. Er greift dran, er greift dran. Schockanfällig, schockanfällig. Jetzt gib ich... So, hier, Mutangriff. Los. Tümer. Ähm. Ha, ha. Bringen wir die Tachonabel zum Zittern, mein Freund. Hä? Irgendwas ist mit dem nicht ganz knuspern. Volle Konzentration. Yes, sir. Ich bin ausgewichen. Ha, ha. Ja, lass dir nur Zeichen, ich will umdrehen und so. Oh, oh, sag mal, spinnst du? Warte, erst mal den hier. Zack. Gleich nochmal den hier. Zack. Und... Ah. Los, ich will in den Schockzustand bringen. Schockanfällig. Schockanfällig. Oh, ah, au, ah, ah. Das hab ich gespürt, das hab ich vorgespürt. Oh, oh. Ei. Ei. Okay, warte. Ei. So, jetzt aber. Hier. Mutangriff. Kann ich auch. Oh, au, au, au. Was? Marzipan? Ich mag Marzipan. Aua. Der Typ ist echt übel. Komm, komm. Diesmal schaffen wir ihn. Wir schaffen ihn. Aua. Oder vielleicht auch nicht. Kommt ganz darauf an. So, nee, warte. Schlechter Zeitpunkt. Jetzt aber. Ähm. Halt dran. Au. Keine Ahnung. Vielleicht Blau? Ja, ja. Mal auf. So, zack, zack. Oh, oh, au, au, au. Heiß, 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 heiß. Aua. Was? Schon wieder Marzipan? Hör auf Marzipan zu sagen. Ja, steh auf, Blau. Au, 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 au. Müssen wir eben schnell den hier. Ah, warte. Wir sind noch da, dabei. Nee, warte. Den. Nee, wir weichen erst auf. Jetzt los, nicht blinzen. So, bloß nicht blinzen. Sonst gibt's wieder Marzipan. Ja, er. Ja. Ich bin aber aus. Ich bin doch aber ausgewiesen. Was soll denn das, Mann? Oh, schockanfällig, schockanfällig. Auch immer Small. Boah. Ja, ich geb dir gleich wieder Marzipan. Hier, Impulsi. Los, hau ihn, hau ihn. Er schreckt hier. Limit, jetzt aufs Maul. Oh. Willst du immer noch Marzipan? Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Ja. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Nee, nicht schon wieder. Geschütze auffahren. Der Feind hat einen Soldaten besiegt. Voll der Feuerkraft. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also, tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Gefallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ihr? Wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Hm, ich will da nichts sagen, aber ich glaube, wir haben Wedge schon drin liegen lassen. Und Verstärkung von Shindra. Ach, mein Buch. Haha, zu viel Pizza gemacht? Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Oh, das ist ganz schön früher. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Da seid ihr ja. Hey, hier drüben. Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Schindler. Los, aber noch vier in Position. Jawohl. Ich bin gerade so gefressen. Hey, Wedge. Alles klar. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mal vor raus. Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß ne Verbrennung. Ne Leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl. So, nun. Weiter prügeln. Ich war voll dafür. Aber ich hätte jetzt nichts dagegen. Was hat's jetzt wieder vor? Mir schwarmt nichts Gutes. Ich hatte dabei noch kurz mein Scheiß ein bisschen gefeucht. Ich halte jetzt einfach's Maul, weil ich klappern hier sowieso alle durcheinander. Ja, da macht es nicht wirklich Sinn, wenn ich jetzt auch noch irgendwas dazwischen klappe. Und dem her halte ich jetzt einfach's mal. Also ich werde jetzt einfach's Maul halten und nicht die ganze Zeit dazwischen. Also sowieso alle immer die ganze Zeit dazwischen. Stehe ich den Weg? So wie gesagt. Na, nun. Ich bin hin. Komm schon, hier lang. Jetzt kann was nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstaukörper ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächsten Mission nichts schief gehen. Äh, endlich. Die Musik ist ja wunderschön. Ich mag's ja total. Ich mag's ja total. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meint nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Aber es ist... Es ist gerade sehr, sehr anstrengend gewesen mit... Ich bin auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Oh, ja. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freu mich schon drauf. Na, echt erst. Hey, mein Text. Warte mal, was ist das? Was ist das? Was ist das? Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Wieder mal nöben. Komm mal hier. Das nimmt es automatisch. Eine Morgue-Medaille. Da war leider nix drin. Sind die schon... Wann, könnt ihr die vielleicht mal warten? Ich will nur ein bisschen was von der Map sehen. Glauben ist nicht wissen. Bingo. Ah, sie weiß es. Okay. Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Hä? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Mann, wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Sag mal seinen Po. Wird sicher lustig. Hat sie schon einen Fallschirme an, oder ist sie jetzt einfach so gesprungen? Ach, nur ich hab Wedge. Hätte nicht... Ich würde gerne mit Jessie springen. Sprich schon! Was hättest du nicht von da drüben sagen können? Bitte sag mir, dass ich steuern darf. Bitte sag mir, dass ich steuern darf. Bitte sag mir, dass ich steuern darf. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. Elipers Zeit allerdings. Alles Clouds verdienst. Ja! Zusammen sind wir echt unschlagbar! Ich wollte ja nix sagen, aber ja, so ist es. Seitdem ich der Truppe beigetreten bin, funktionieren die Sachen hier, hm? Nur mal so nebenbei. Ich will auch nicht sagen, dass es am hier liegt. Definitiv hat er Eiklaut. Versteht ihr es? Clouds Eiklaut? Bitte ziehen Sie die Füße an. Der Witz kommt hin. Oder flach? Flach. Also, ich komm auch alleine nach Hause. Ist ja nur ne leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel! Ist schon gut. Ich bin nicht dein Kumpel. Mir nach! Ja, aber renn nicht so schnell. Nicht, dass die Lose scheitern. Ob Jesse und Witz schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei Ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Hm? Hat schon wieder einer so ein Geräusch gemacht? Hm? Hä? Hm. Das war ein Lerf, der Schatten bei dem Witz war. So, warte mal. Es ist ohne Zeit, um den Erdolisch zu kämpfen. Hast du, hast du... Haben wir... Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Alles gut, kein Problem. Okay, Metallattacken 1, Kampfbericht abgeschaut. Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Aha, schön. Kaufen. Was hat er denn? Luft, Analyse, Autobeschaut. Ähm, Luft. Luft haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Nö, Luft haben wir noch nicht. Kaufen wir. Haben wir wieder ordentlich Schotter gemacht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Es geht mir nie mehr die Puste aus. Ich hab Luft gekauft. Im Glas. Ja. Nein. Das war ja aber schön gewesen. So, sind wir da? Soll ich klopfen? Oder einfach rein? Warum, da brennt ich? Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Äh, also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Ja. Du gehst voraus. Mit deinem verbrannten Popo und ich komm hinterher, ja? Ey, das... Du hast gerade eine Kistung gerannt. Sag mal, was fällt dir ein? In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Hä? Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Na, zu spät. Sicher nicht. Ach so. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jesse eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Kommt bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Ich geh jetzt. Trotzdem rein. Männer hatten da drin nichts zu suchen, sagte ich. Ist mir egal, dann schau nicht hin. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ja, dann halt nicht. Du hast doch gesagt, wir gehen zu Jesse. Jetzt gehen wir trotzdem nicht zu Jesse. Was soll denn das? Lass die Katze in Ruhe. Du hattest schon Abend mal. Ergreift ihn. Wir haben Besuch. Die drei haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Aber nicht die Katzen. Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieb. Von mir aus. Oh, wie schön. So. Hey, Maunzi. Wolltest du etwa? Okay, wir hören ihn immer noch reden. Bisschen gruselig. Tun wir mal hier ein Ding. Genau. Ah. Wir gehen jetzt alleine dahin. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Echt? Na dann. Hier, bitte. Was ist das? Grüne Kugel. Gute Arbeit. Herr Alleskönner. Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra. Da. Ich denke, das reicht. Echt? Na gut. Morgen Abend schon was vor. Da hab ich. Nein. Nämlich sturmfrei. Echt? Ja. Schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich aber nur, wenn du kommst. Ja. Ja. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu. Ich hab auch noch ne besondere Pizza im Kühlschrank. Jessie Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Hey. Na? Oh. Die Belege sagen mir nichts. Oh. Oh. Bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Jetzt werde ich. Jetzt werde ich. Von Sauerkraut. Na, was? Fieses, kleines Ding. Komm, wir gehen jetzt rein. Jetzt lass ich lieber bleiben. Oh, verdammt. Cloud, du bist ein Weicher. Weißt du das? Aber es erinnert mich so an mein Leben. Ja, mir passiert das an, dauernd. Aha, 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 aha. Nein, natürlich. Aber ich hab ja ne liebe Frau, von dem her bin ich glücklich. Liebe dich, Schatze. Keiner patscht, dass der Jessie, okay? Morgen war ja vorbeige. Ist das nicht tiefer? Es ist schon spät. Oh. Kann ich hier mal zu tiefer gehen? Wie geht's mit dem Typen hier drüben? Hallo, lebst du noch? Soll ich mal vorbeikommen? Kann ich mal eine Geschichte mit meinem Schwert erzählen? Wie schön wir liegen uns. Bis zum nächsten Tag. Schlaffen. Wir schlaffen. So, schnellst ihn hin. Also, der Klaut, der hat ja keine Angst, war. Da braucht man sich keine Sohn. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich hab Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Ah. Eine alte Freundin. Steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Klaut, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Hm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Hm-mm. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich geh besser ins Bett. Auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Klaut. Bestimmt noch eine Flasche rein hier. Warte, ich suche mal. Du auch. Tiefer. Jetzt ist Klaut ein bisschen aufgetaut. Hä? Hm? Jetzt kannst du dich bald immer retten. Oh, hübschen Mädels. Klaut, 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 Klaut. Klaut, 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 Klaut. Oh, hübschen Mädels. Nichts wie hinten. Oh, ja. Ja. Bereit. Immer. Schon wieder in der Klopperei. Halt, warte, warte, warte. Ah, nee, warte, brauch ich erst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, Kommando ist hier. Fertigkeiten, Analyse. Ich analysiere die. So, was haben wir da? Unbekannte Kreatur D. Unbekannt. Wir werden die Magieattacken, um seine Schockleister schnell zu füllen. Physische Attacken füllen sie nur langsam. Immun gegen fast alles. Warte mal, Legende, was ist denn das? Immun gegen Gift, Sturm, Schlaf, Gemach und Tobsucht. Ich will, ich will mal was versuchen. Da, Kreatur D. Was passiert, wenn ich der jetzt hier einen Heiltrag gebe? Kann ich nicht. Schade, das konnte man doch früher. Oder warte mal, hier, vielleicht Königsfeder? Nee, geht auch nicht. Schade, das konnte man früher, das weiß ich. Also, damit Magie. Auf Kreatur D. Hat denn das wirklich was? Oh ja, oh ja, oh. Mach euch einfach so fertig. Ich hab keine Angst, was heißt dann? Who you gonna call? Cloudbuster. Ist mir egal, ich mach alle platz jetzt. Aua, aua, aua. Na warte, Limit. So, hier nimm den. Wische wieder einer. Hä? Sag mal, was soll'n das? Wo kommt denn die alle her? Es hangelt. Und jetzt. Es ist. Was sind das für Kreaturen? Es hat keine Ahnung. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge rausfinden. Ich weiß, dass man sie töten kann. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Es gibt wieder eine Klapperei. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ich bin jetzt erstmal raus. Ciao. Tschüss, tschüss. Prost.